885 Watt. Vorstand erfolgt über 1.000. Ich danke euch für 1.000 Abonnenten. Hätte ich nie gedacht. Es motiviert mich sehr, um wieder neue Sachen zu bringen, auf euren Kommentar einzugehen, mit euch mehr über Triathlon zu erfahren. Ich habe einiges vor. Im 2016 besteht dann ein Untersuch von meinem Sportlerherz. Dann wird eine Studie mit der ETH für das dritte Auflagebuch. Der wird heissen Russian Interval, wo man Beine abbindet, Lockstartstau produziert und dann über die nicht arbeitende Muskulatur das versucht zu bearbeiten. Also ziemlich crazy. Es wird im Trailer kommen über einen speziellen Schwimmpad, den ich selber herstelle, der eigentlich hier breiter ist, damit ich lerne, mit dem Ellbogenhut zu schwimmen. Ich werde auch zeigen, wie ich eine Kursdistanz vorbereite, einen Sprintdistanz vorbereite. Und wenn alles gut klappt, in Mallorca einen Aerodynamik-Test, wo ich verschiedene Anzüge auf deren Aerodynamik teste. Also viel ist im Gange im 2016. Ich hoffe, ihr seid dabei. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich übe weiter, dass ich die 1000 Watt schaffe. Merci. Und als Geschenk für euch habe ich die ersten drei, die auf dieses Video reagieren, mir ein E-Mail schreiben auf feedback-at-triathlon-total.ch schenke ich einem gratis 70-3 Trainingsplan, so wie ich das im Buch angegeben habe. Also mailt mir und let's go.